Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Außerdem möchte ich mal ganz kurz Danke sagen. Und zwar Danke für 250.000 Abonnenten. Haben wir gestern geknackt. Ihr seid echt heftig. Vielen, vielen Dank an euch. Und zur Feier des Tages möchte ich deswegen auch nochmal 2000 V-Bucks an euch verschenken. Das heißt also, wenn ihr die V-Bucks haben wollt, einfach nur den Kanal hier abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag TeamSnox unten in die Kommentare schreiben, denn ich möchte das ja logischerweise nur an meine Abonnenten verlosen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem heutigen Fortnite-Shop. Und zwar haben wir da ziemlich viele neue Sachen bekommen. Beide Seiten haben sich geupdatet und wir haben, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ich finde sie mittemäßig. Also es gibt viele, viele neue Items, die alle jeweils vier Styles haben. Also jedes Item, was wir heute reinbekommen haben, sogar der Backpack von dem neuen Skin, hat jeweils vier Styles, die sich teilweise auch extrem unterscheiden. Also zum Beispiel bei den Hacken bekommt man im Grunde eigentlich vier verschiedene Hacken mit dem Kauf von einer, was eigentlich ganz geil ist. Aber ich werde sie euch einfach mal jetzt hier nacheinander zeigen. Fangen wir ganz links auf der Seite an und zwar mit dem Skin. Er heißt BestiCore und kostet 1500 V-Bucks und er hat auch einen Backpack, so schaut er aus. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt mit den Styles an. Und zwar sind das so Tier-Styles, also wir haben einmal hier das Nashorn, das ist das Standard-Ding. Dann haben wir den Schakal, den Jaguar und noch den Löwen. Und ich muss sagen, ich finde ihn irgendwie zu fett. Also die Rüstung macht den Skin so dick und dadurch, glaube ich, werde ich ihn nicht spielen. Auch das Design finde ich jetzt persönlich nicht ganz so krass. Also die Idee mit diesen vier verschiedenen Styles ist schon ziemlich cool, dass man die einfach, ja, kaufbar direkt ohne Quest dazubekommt. Aber ich weiß nicht. Also vielleicht noch den Jaguar finde ich ganz cool, aber der Rest ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Weiß nicht, ich muss ja das selber wissen. Die Backpacks haben wir auch noch dazu. Diese vier Stück hier. Aber auch die finde ich irgendwie ziemlich dick. Also hier, wenn man mal schaut, die sind halt so extrem dick. Das, weiß ich nicht, gefällt mir persönlich eher nicht so. Ich mag es, wenn zum Beispiel wie die Schilde das Ganze so ein bisschen dünner ist. Ähm, so, ja, weiß ich nicht. Ist nicht ganz so mein Fall, aber das muss ja immer jeder selbst entscheiden. Genau, das ist auf jeden Fall der neue Skin. Dann haben wir noch die neuen Hacken dazu. Erstmal voran der Sound. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Und dann haben wir noch die vier verschiedenen Styles. Das finde ich ganz cool, dass sie wirklich komplett unterschiedlich sind und teilweise auch komplett anders animiert sind. Also das ist nicht nur, das Aussehen wurde geändert, so von der Textur her, sondern das wurde komplett verändert. Das ist eine komplett neue Hacke quasi, die man da bekommt, was ich sehr, sehr positiv finde. Aber die Hacken selbst finde ich jetzt nicht so krass. Also, sie könnten auf jeden Fall durchgehen als zum Beispiel eine 800er Hacke. Das heißt, die könnte locker 500 bis 800 V-Bucks kosten und man könnte sie so in den Shop hacken. Jede einzelne davon. Und die haben auch alle so, ja, Partikel-Effekte. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist in Ordnung. Die Hacken sind wahrscheinlich nur das, was ich mir am ehesten davon holen würde. Ähm, kommen wir zu den Gleitern. Benzin heißt der Gleiter und kostet 800 V-Bucks. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass die alle sehr gleich aussehen. Da ist nur ein bisschen die Farbe verändert worden. Ich kann sie alle mal kurz anklicken. Aber sie sind jetzt echt nicht so besonders krass. Ich finde ja diese Düsen eigentlich mal ganz cool. Ich erinnere mich so ein bisschen an diese Podracer aus Star Wars, wenn ihr das kennt. Ähm, aus dem ersten Teil, wo sie mit diesen Podracern fliegen. So ein bisschen schaut es ähnlich aus. Aber, ja, ist halt wieder so ein futuristischer Gleiter. Ähm, mit halt vier verschiedenen Styles. Für den Preis ist aber auf jeden Fall in Ordnung. Genau, das war erstmal die linke Seite. Wir haben heute auf jeden Fall noch eine Stumpfi, die neue Hacke drin. Die finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, fangen wir erstmal oben an mit den geschmeidigen Moves. Ja, ist ganz cool. 800 V-Backs ist schon ein stolzer Preis dafür. Geht, würde ich sagen, gerade noch so klar. Gut geölt ist auch ein ganz cooler Roboter-Dance. Ja, für 500 V-Backs ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde die Musik so ein bisschen schrill. Aber es ist halt mal was Besonderes. Und deswegen kann ich ihn auf jeden Fall noch empfehlen. Dann haben wir heute die beiden Taxifahrerskins drin. Das ist einmal der männliche, der Ben hier für 800 V-Backs. Und dann hier, ich zeige Ihnen direkt mal den Boxenstopp. Das war mal ein sehr krasser Tryhard-Skin hier. Der Ben ist jetzt auch neu dazugekommen. Erst letztens finde ich beide auf jeden Fall ziemlich cool. Für 800 V-Backs beide sehr, sehr gute Skins. Und dann haben wir noch das nächste Highlight des heutigen Tages. Und zwar die Stumpfi-Hacke. Ich finde sie vom Aussehen her richtig geil. Sie hinhaltet mich auch ein bisschen an Groot, falls ihr Guardians of the Galaxy kennt. Ja, ist halt ein riesiger Baumstumpf mit einem Ast dran. Der Sound ist leider ein bisschen enttäuschend. Ich spiele ihn mal ab. Ist so ein dumpfer Sound, was vielleicht ganz gut passt. Aber man hätte ihn vielleicht noch krasser machen können. Also das hätte noch irgendwie so ein Holz... Ja, mehr ein Holz-Sound-Effekt haben können. Das wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. So, dass es irgendwie hohl klingt oder halt irgendwie wuchtiger klingt. So ist es in Ordnung. Vom Aussehen her finde ich es hier auf jeden Fall ziemlich cool. Der Sound geht gerade noch so klar, würde ich sagen. Und ja, dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Warthog für Fürthfutter V-Backs. Leider gar nicht meins. Kann ich nicht empfehlen. Ich finde das Design sieht nicht cool aus. Deswegen schwartet lieber die V-Backs. Holt euch lieber was Cooles. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Skins hier findet. Also den Besti-Core und die ganzen Styles hier von den ganzen Sachen. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Zusammen auch mit dem Hashtag Team SNOX. Um dann, wie gesagt, heute wieder 2.000 V-Backs zu gewinnen. Da könnt ihr euch heute auch was im Shop holen. Oder ihr spart die einfach fürs nächste Mal. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt wieder rechts im Abstimmung, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Also top oder flop. Und zum Abschluss tragt mich gerne als Creator ein. Einfach nur SNOX, die hier im Vorder-Shop reinschreiben. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der das macht und mich hier so krass supportet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Wir hören uns wahrscheinlich nachher zum nächsten Stream. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.